Musik Moin moin Leute, Kernier und willkommen zu einem neuen Video. Im Hintergrund seht ihr ein bisschen Multiplayer Gameplay von Battlefield 4 aus der E3. Überzeugt euch von dem Spiel, es sieht einfach nur Bombe aus. EA und DICE sind wahrscheinlich so gut aufgestellt wie noch nie, um Activision mit COD anzugreifen. Und die werden sich gegenseitig auf jeden Fall ganz schön pushen, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Und ja, EA ist natürlich mit ihrer 4Sport 2 Engine top aufgestellt. Und DICE ist auf jeden Fall der Entwickler, um das Ganze richtig gut ausschöpfen zu können. Und dabei ist eine absolute Grafikbombe entstanden. Ich denke mal auch schon, die Xbox One wird relativ an ihre Grenzen gehen müssen. Genauso wie die Blazey, also wirklich ein Hammertitel wird. Das kann ich euch sagen, Leute. Und es gab auch einige News zum Multiplayer. So wird der Commander Mode zurückkehren. Leute, die Battlefield 2 gespielt haben, würden wahrscheinlich wissen, was der Commander Mode ist. Und zwar ist das ein Modus, in dem man quasi sein Team fernfeuert. Ja, man spielt selber nicht auf dem Schlagfeld, sondern man sagt einfach nur Panzer dahin, Leute dahin und so weiter. Und der wird jetzt zurückkehren. Das Ganze soll mit einer Tablet App umsetzbar sein. Denn quasi, wenn man einmal nicht zu Hause ist, kann man vom Tablet aus Commander spielen. Ist eine ganz geile Idee. Und auch für den Spielspaß unterwegs, bestimmt gut geeignet. Ansonsten ist bestätigt worden, dass es 64 Spieler Server auf der Xbox und auf der Playsee gibt. Das war zu erwarten, da jetzt deutlich stärkere Hardware zur Verfügung steht. Und ich denke mal, auch grafisch wird das dem PC nicht mehr hinterherhängen. Denn Explosionen und Lichter haben eigentlich ganz gut ausgesehen. Genauso gut wie auf der PC-Version. Ich bin gespannt. Schreibt mir eure Meinung von Battlefield 4 in die Kommentare. Was glaubt ihr? Werden sie COD jetzt endgültig den Hahn zu drehen? Ist ja irgendwie letztes Jahr schon ein bisschen so passiert. Ich denke mal, die werden denen dieses Jahr ordentlich die Verkaufszahlen vermiesen. Müssen wir mal schauen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Battlefield auf jeden Fall ein der besten Shooter 2013-2014. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schau sehen. Viel Spaß mit dem Rest vom Gameplay. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Sie sind jetzt! I have eyes on an enemy machine gunner, south of your location. I have eyes on you! Grab the ammo, move, move! Where's that 18th fire coming from? There's a hostile anti-taste launcher. He needs to go position. There's your ammo line. I have eyes on a hostile AT soldier, just south of your crew's location. I have eyes on you, especially for your crew! Part 2 AT dresses! Get out of here! Get out of here! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017